Herzlich Willkommen zu einer neuen Part. Besser gesagt zu einem neuen Game. Und zwar von Enki. Los geht's. So, wir haben 30 Minuten hier aus dem Scheißkerker zu entkommen. Dann schauen wir uns mal hier um. So, ein menschlicher Knochen. Sehr schön. Ein Metallrohr. Okay, los geht's hier. Kletten wir mal hier hoch. So, wo ist das andere Ding hier? Da. So, dann kletten wir mal hoch hier die Scheißer. Und dann schauen wir uns mal hier oben um. So. So, das ist sehr schön. Lüstlich weich. So, der Teufel höchst der Ding ist schon ab. Okay. Ach, die Scheiße lese ich jetzt da nicht durch. Überhaupt, da kein Bock. Also brauchen wir erst mal einen Schlüssel. Zeig, ja. Die Tür ist zu. Mal gucken, wo der Scheißschlüssel liegt, ey. Oh, Mann, ey. Diese Scheiße suche ich hier, ey. Was ist der Fessel? Oh, Mann, ey. Boah, Alter, wo ist denn der Fessel? Boah, Alter, bin ich doof oder? Oh, Mann, Alter, bin ich doof. Oh, Mann, Alter, bin doch kein Mensch, Alter. Na, alles klar. Ich sag ja der Teufel höchstpersönlich ist am Start heute hier. Ach, guck mal da, so ein Zeichenklimadon, woher, ich denke mal, werden wir uns mal ganz spritzig hier aufzeichnen, so, haben wir hier ein Dreieck mit einem Kreis drinnen, dann noch ein Dreieck mit einem Kreis nach links und dann ein normales Dreieck, dieses verdammte Rätsel-Game hier, was haben wir hier, eine scharfe, eine scharfe Nabel, okay. So, dann gehen wir mal weiter, schauen wir uns mal hier um, da liegt das mal nischt, ja, schön. Na, hier ist nochmal das gleiche Symbol, okay. Gehen wir mal hier hin, ein bisschen Luftschalter, wunderbar. Boah, alter. Irgendwer für Blutwärter interessiert mich erstmal überhaupt gar nicht auch. So, warte mal, was haben wir denn? Einmal die fünf. Dann schreibe ich mir jetzt schon mal hier auf, so, fünf. So. Jo, die haben wir erstmal gar nix, okay. Okay. Ach, Bleistift, okay. Oh. Sehr schön. So, gehen wir ein Licht anmachen hier. Ach, wie süß ein Tettibär. So eine Art Führerschein war, denke ich mal, ja. Hm. Hm. Äh, ha, 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 ha. Vielleicht machen wir mal da hin. So, was haben wir hier? Na, oh, nochmal die fünf. Takk. So. Schauen wir uns mal hier weiter um. Ich glaube, die Tür muss mal erhöht werden. Ach, nee, Alter. So weit blies ich mal nicht durch, ey. Das dauert mir halt zu lange. So, und jetzt können wir schon mal hier die Symbole eintippen. So, einmal so. Und so. Wunderbar. Caesar, öffne dich. Oh, Mann, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Um so ein Sarkasmus-Game hier, oder was? Ah, okay. Kommen wir hier raus? Ja. Weil dann brauchen wir hier nicht extra rumlaufen. rumlaufen. Okay, warte mal denn hier für ein Symbole. Ahm. Der kommt dann... Na, hier so hin. Okay. Dann haben wir schon mal die drei. Äh. Oh, Mann, Alter. Äh. Ah. Ach, du Scheiße. Ach, guck mal da nur... Urin, äh... Kebel. Warte mal, 2, 3, 4 mal um, wo ihr sehn. Ah, ok. Also wie so ein Geh und so eine Pyramide. Iron Hur. Iron, Iron, Iron. Iron, Iron Hur, ok. Also Falle nach oben und die komische Uhr. Oder was auch immer das ist. Ein alter Schlüssel, ok. Ein scharfer Nabel. Na gut, die kann man ja hier sehen, Herr Mann. Das ist ja simpel. Jesus am Kreuz. Ok, wo liegt ich im Flüssen? Ne, sah so aus. Oh Mann, Herr. Oh Mann, Herr. Oh, was haben wir hier. Hm. Jetzt kommt hier hin. Na. So. ein alter Schlüssel ok oh man alter ok Fantasiefen Ding Silbermünster ok 3 Schlüssel wo soll denn die sein? 3 Schlüssel 1 haben wir schon sauber boah alter wie sieht man vor die Schlüssel sagen wir mal wahre Erkenntnis ein Ritual alter Oh, Alter, du schlägst dir nicht zum Spiel, ey. Na, zweiter Schlüssel. Boah, die sieht man wirklich kaum, ey. Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch den dritten finden. Aber wo ist der dritte Schlüssel? Aha, sauber, wunderbar. Sonst welche Experimente hier, ey. Oh Mann, ey. Was ist denn das da, ey? Oh Mann, Alter, überall liegen so eine Ausweise rum oder Flügerschein. Keine Ahnung, was tut das, ey. Oh Mann, ey. Geil das Ritualspiel hier, ey. Wo denn? Frag mich, wer der Teufel hier ist, ey. Oh Mann, Alter. Das sieht schon merkwürdig aus hier alles, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ah, da komm ich nicht hin, okay. Ah, cool. Guck mal hier noch mal, ein bisschen. Oh Mann, 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 Alter. Oh, Alter. Was ist hier los, Alter? So, was haben wir hier für ein Zeichen? Okay. Die Null. So, was haben wir denn jetzt hier? Die 5, die 7, 5, 7, 5, 3 und die Null. Dann gehen wir mal die Scheiße mal ein. So. 5, 7, 5, 3 und die Null. Herrlich. Ich hab gesagt, er lässt sich da 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. So, gucken wir uns hier mal hier um. Ich sag ja hier nicht, überall irgendwelche Dokumente. Blutspiegel, ey, was ist denn das denn Scheiße? Blutspiegel, Mann, 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 Mann. Ritual und Satan, ey, oh Gott, hier, ey. Der den Schlüssel gepanzert hat. Dann denke ich mal, Alter, dann hauen wir mal ab hier. Können wir hier nochmal gucken. Aber hier ist ja irgendwie weiter in der Schnee. Ne, wohl, ich sag dann, hol mal ab hier. Ist ja nicht so normal, ey. Ok, da war auch noch etwas mit drin. Na, mal gucken, was jetzt passiert. Na, war schon geil, ey, ja. Dokumente auf den Code, 5,5, Dokumente gefunden, zurückbiegt ins 3,5,5. Ach, Scheiße. Killer-Entität, 5,5. Vertächtiger in Zusammenhang mit okoluten Ohren verhaftet. Nach einer kurzen Verfolgungsjahr durch Rom. E.U. Neuss hat die Polizei einen Vertächtigen festnehmen können. Ja, das war ja interessant, das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 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 Vielen Dank.